Der 13. Februar ist der 44. Tag des gregorianischen Kalenders, somit bleiben 321 Tage bis zum Jahresende. Ereignisse, Politik und Weltgeschehen 0106 Kaiser H. E. von Hahn stirbt im Alter von 26 Jahren ohne einen mündigen Erben. Nachfolger wird sein einjähriger Sohn Lioulon als Kaiserscher von Hahn 0962 im Privilegium Ottonianum bestätigt Kaiser Otto I. Papst Johannes XII. Die pepinische Schenkung und die Existenz des Kirchenstaats verlangt jedoch den Treueeid jeden Papstes gegenüber dem Kaiser. 1021 Der von den Drusen vergottete Fatimiden Kalif Al-Hakim Bi Amri El-Ellaha verschwindet unter ungeklärten Umständen. Man nimmt an, dass er bei seinem Ausritt ermordet wird. 1465 Kaiser Friedrich III. Willigt nach 15 Monaten den Frieden von Zeilsheim, der einen Schlussstrich unter die Mainzer Stiftsfäde zieht. 1542 Heinrich VIII. Von England lässt seine fünfte Frau Katharine Howard wegen Untreue im Tower von London hinrichten. Punkt 1575 Heinrich III. Von Frankreich wird in der Kathedrale von Reims als König gekrönt und heiratet zwei Tage später Luise de Lorraine V. de Mont. 1668 Der Friede von Lissabon beendet den Restaurationskrieg. Karl II. Von Spanien erkennt die portugiesische Unabhängigkeit unter Alfons VI. an. 1689 Nach der Anerkennung der Bill aufreiz werden Wilhelm III. und seine Frau Maria II. vom englischen Parlament gemeinsam als Regenten anerkannt. Punkt 1692 Weil das Familienoberhaupt zu spät zur Eidesleistung auf den englischen König Wilhelm von Oranien nach der Niederschlagung des Jakobitenaufstandes erschienen ist, wird der schottische McDonalds-Klan Opfer im Massaker von Glencoe, bei dem über 30 Clan-Mitglieder sofort ums Leben kommen. 40 Frauen und Kinder sterben in der Folge, weil ihre Häuser niedergebrannt worden sind. 1706 Im Großen Nordischen Krieg siegen die Schweden unter Karl Gustav Rehn Schielden der Schlacht bei Fraustadt über das sächsisch-russische Heer, das von Johann Matthias von der Schulenburg kommandiert wird. 1739 Das von Großmogul Mohammed Schäuze Verteidigung ausgesandte Heer unterliegt in der Schlacht von Karnal den mit Perser König Nadir Shah an der Spitze ins Mogulreich eingedrungenen Truppen, die zahlenmäßig überlegen sind. 1820 Charles Ferdinand de Bourbon, D.U.C.D. Berry wird nach einem Besuch der Pariser Opa von Pierre-Louis Louvel niedergestochen. Der Täter will vorsätzlich den einzigen Lebenden des Geschlechts der Bourbonen umbringen. Am nächsten Tag stirbt das Attentatsopfer. 1849 Das erste deutsche Schiff mit Auswanderern nach Australien, die Gordefoy, kommt in Melbourne an. Unter den Forti-Eiters befinden sich viele nach der deutschen Revolution politisch Verfolgte. Punkt 1861 Beider Siziliens König Franz II. Kapitulierte mit der Festung Gaeta gegenüber der Armee König Victor Emanuels im italienischen Risorgimento-Prozess. 1919 Das Kabinett Scheidemann übernimmt vom bislang als Reichsregierung fungierenden Rat der Volksbeauftragten die Amtsgewalt in Deutschland. 1939 In den letzten Tagen des Spanischen Bürgerkriegs gibt Francisco Franco ein Dekret über das Verfahren mit politischen Missetätern heraus. Das Aktivitäten, die von Franco als umstürzlerische Tätigkeit angesehen werden, bis zurück in das Jahr 1934 rückwirkend unter Strafe stellt. Die Verfolgung politisch Andersdenkender im Franquismus kostet hunderttausende Menschen das Leben. Punkt 1945 Am Faschingsdienstag beginnen alliierte Luftangriffe auf Dresden, die drei Tage dauern werden. Bei den Luftangriffen mit Flächenbombardement und dem darauf folgenden Feuersturm kommen zwischen 18.000 und 25.000 Menschen ums Leben. Dresdens Innenstadt wird beinahe vollständig zerstört. 1945 Mit der Kapitulation der letzten deutschen Einheiten in der Stadt endet die seit dem 25. Dezember besonders verbissen geführte Schlacht um. Budapest im Zweiten Weltkrieg Nachdem einige Stunden zuvor ein Ausbruchsversuch aus der von der Roten Armee eingekesselten Stadt Misslungen ist. Das Oberkommando der Wehrmacht hat die besondere Kraftanstrengung in Budapest, die rund 100.000 Wehrmachtsoldaten das Leben gekostet hat. Mit der strategischen Mission begründet, dort Wien zu verteidigen. 1953 Mehrere frühere Mitglieder der SS werden zum Teil in Abwesenheit in Bordeaux von einem Militärtribunal wegen des Massakers von Orador S.U.R. Glane verurteilt. Der abwesende Heinz Lammading und zwei andere Personen werden zum Tode verurteilt. Das Urteil wird jedoch nie vollstreckt. Die anderen erhalten mehrjährige Haftstrafen. 1959 Nach dem Sieg der Revolutionäre über das Batista-Regime auf Kuba übernimmt Fidel Castro das Amt des Ministerpräsidenten. 1971 Das Auffinden einer Maschinenpistole bei einer polizeilichen Verkehrskontrolle in Bad Godesberg führt zum Entdecken der Wehrsportgruppe. Hengst 1975 Der aus den Reihen der Zypern-Türken stammende Politiker raufdenkt, Tasch proklamiert den türkischen Bundesstaat von Zypern auf der Insel Zypern. Bei Zypern-Griechen und der internationalen Politik stößt er damit auf Ablehnung. 1976 Bei einem Umsturzversuch wird Nigerias Machthaber Murtala Mohamed tödlich verletzt. 1984 In der Sowjetunion wird Konstantin Chernenko zum Generalsekretär der KPDSU und auch zum Staatsoberhaupt gewählt. Er folgt auf den vier Tage zuvor verstorbenen Yuri Andropau. 1991 Die Rote Armee Fraktion beschießt die US-amerikanische Botschaft in Bonn. Es wird jedoch niemand verletzt. 1993 In Bonn wird die Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz gegründet. Ingeborg Bingener wird einstimmig zur ersten Bundesvorsitzenden gewählt. 2002 Deutschland übernimmt eine führende Rolle beim Aufbau der Polizei in Afghanistan. 2005 Zum 60. Jahrestag der Bombenangriffe wehren sich mehrere 10.000 Dresdner mit friedlichem Gedenken gegen den Missbrauch des Tages durch. Marschierende Neonazis 2010 An verschiedenen Veranstaltungen und Gottesdiensten zum friedlichen Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges. Wirtschaft 1881 Die erste Ausgabe der radikal-feministischen Zeitschrift La Citoyen von Hubertine Aucleurte erscheint in Paris. 1883 Die Deutsche Reichsbank richtet in den größeren Städten Deutschlands Abrechnungsstellen ein. Um den Banken den Ausgleich ihrer gegenseitigen Forderungen zu erleichtern, die Financial Times ist erstmals in London erhältlich. Unter diesem Titel wird der rund einen Monat zuvor herausgebrachte London Financial Guide weitergeführt. Punkt 1895 Die Brüder Lumiere lassen in Paris ihren Cinematografe patentieren. 1981 Der australische Medienunternehmer Rupert Murdoch erwirbt die traditionsreichen Londoner Zeitungen The Times und The Sunday Times. 2001 Ludwig Georg Braun wird zum Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages gewählt. 2004 Gründung der Kia Motors Slowakia, dem ersten europäischen Automobilwerk von Kia Motors. Punkt Wissenschaft und Technik 1419 Die Universität Rostock wird von den Herzögen Johanni V. und Albrecht V. von Mecklenburg und dem Rat der Hansestadt Rostock gegründet. Die heute drittälteste Hochschule Deutschlands und die älteste Universität im Ostseeraum. 1858 Auf der Suche nach der Quelle des Nils dringen die britischen Afrika-Forscher Richard Francis Burton und John Hanning Spicke als erste Europäer. Zum Tanganyika sie vor. 1880 Thomas Alvar Edison beobachtet erstmals die thermische Emission von Elektronen aus einer geheizten Kathode. Später Edison-Richardson-Effekt genannt. 1954 Mit dem Errichten der Mossen-Station für Forschungszwecke in der Antarktis untermauert Australien seine Ansprüche auf ein australisches Antarktis-Territorium. 1955 Im indischen Bundesstaat Gujarat beginnt die Archaeological Survey of India mit der Ausgrabung der Stadt Lothal, die der Induskultur im Altertum so so rechnen ist. 1960 Frankreich führt seinen ersten Kernwaffentest im algerischen Teil der Sahara beim Ortregane durch. 1969 Die erste Herztransplantation in Deutschland wird unter Leitung von Rudolf Zenker in München durchgeführt. Aufgrund des vorgeschädigten Spenderherzes überlebt der Patient nur 27 Stunden. 2007 Der französische Hochgeschwindigkeitszug TGV stellt mit 553 km pro Stunde einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord für Schienenfahrzeuge auf. Bereits am 3. April 2007 wird der Rekord auf 574,8 km pro Stunde erhöht. Punkt 2012 Die europäische Trägerrakete Vega hat ihren Erstflug ins Aul erfolgreich absolviert. Punkt Kultur 1657 In München findet die Uraufführung des musikalischen Dramas Runte von Johann Kaspar Kerl statt. 1876 In Moskau erfolgt die Uraufführung der Oper Angelo von César Cui. 1905 In Brüssel wird die Oper King Arthur von Isaac Albenitzur aufgeführt. 1938 Am Theater des Bofes Parisiens in Paris erfolgt die Uraufführung der Operette Les Petits Cardinales von Arthur Honegger und Jacques Ibert. 1947 Mit der Ausstrahlung als Hörspiel durch den nordwestdeutschen Rundfunk erlebt Wolfgang Borcherts draußen vor der Tür seine Uraufführung. 1959 Die erste Barbie-Puppe wird in den USA verkauft. 1970 Black Sabbath, das Debütalbum der gleichnamigen Band, erscheint und läutet das Zeitalter des Heavy-Metals ein. 1985 Die original getreuere konstruierte Semper-Oper wird mit Weber aus der Freischütz der letzten vor der Schließung 1944 aufgeführten Oper. Wieder eröffnet 1996 In den USA erscheint All Its On Me von 2 PRC, das erste Doppelalbum in der Geschichte des Hip-Hop. 1996 Die britische Boy-Group Take That gibt ihre Trennung bekannt. 2001 Tag nach dem Tod von Charles M. Schulz erscheint der letzte Peanuts-Comic-Strip in den Sonntagszeitungen. Punkt Gesellschaft 1866 Die James-Younger Gang um Jesse und Frank James begeht mit dem Überfall auf die Clay County Savings Association in Liberty den ersten Bonk-Überfall in den Vereinigten Staaten nach dem Bürgerkrieg. 1934 Das sowjetische Expedition-Schiff Chelyuskin sinkt nach monatelanger unkontrollierter Drift bei der Erkundung der Nordostpassage in der Chukziensee. Das Ereignis, bei dem sich 104 der 105 an Bord befindlichen Personen auf einer Eisscholle retten können, führt in der Folge zur Stiftung der Auszeichnung Held der Sowjetunion. 1935 Bruno Hauptmann wird in Flemington, New Jersey, von den Geschworenen im Prozess um die Ermordung des Lindberg-Babys schuldig gesprochen und vom Richter zum Tode verurteilt. 1999 Der Asylbewerber Farid Guendul stirbt in Guben, Brandenburg, auf der Flucht vor Rechtsradikalen. 2003 Im Zusammenhang mit betrügerischen Umtrieben der Nigeria-Connection erschießt ein Betrokener tschechischer Staatsbürger den nigerianischen Botschafter in Prag. Religion 1160 Alexander III. wird von gegen Papst Victory V. Ex kommuniziert, nachdem er sich geweigert hat, auf dem von Friedrich Barbarossa einberufenen Reichstag von Pavia zu erscheinen. 1633 Galileo Galilei kommt in Rom an, wo er sich der Inquisition zu stellen hat. 1827 In der Enzyklika Quantaletische strukturiert Papst Leo XII. Die römisch-katholische Kirche in Schottland neu. Punkt Katastrophen 1857 Nach dem Ablegen in New York verschwindet der Passagierdampfer Tempes der britischen Anchor Line mit 150 Menschen an Bord. Spurlos auf dem Nordatlantik 1918 Ein Erdbeben der Stärke 7,3 in der Provinz Guangdong, China, fordert etwa 10.000 Todesopfer. Punkt 1944 Das norwegische Passagierschiff Irma wird in der Bucht von Hustadt Vika vor Christiansund durch zwei Torpedotreffer versenkt. Dabei kommen 61 Menschen ums Leben. Erst nach dem Krieg stellt sich heraus, dass das Schiff von einem Torpedoboot der norwegischen Marine angegriffen worden ist. 2001 Durch ein Erdbeben der Stärke 6,6 in El Salvador sind 315 Tote zu beklagen. Punkt Kleinere Unglücksfälle sind in den Unterartikeln von Katastrophe aufgeführt. Sport 1931 In Oberhof beginnt die nordische Ski-Weltmeisterschaft, die mit vier Veranstaltungen im Langlauf. Der nordischen Kombination und dem Skispringen bis zum 15. Februar dauern wird. 1948 Die Vereine Kölner BC und Köln-Sylz 07 fusionieren zum 1. FC Köln. 1980 US-Vizepräsident Walter Mandel eröffnet in Lake Placid, New York, die 13. Olympischen Winterspiele. Der Eisschnellläufer Eric Heiden spricht den Olympischen Eid. Die Spiele dauern bis zum 24. Februar. 1988 In Kälgeri werden die 15. Olympischen Winterspiele eröffnet, die bis zum 28. Februar dauern und damit erstmals 16 Tage und drei Wochenenden umfassen. 2005 Bei der alpinen Ski-WM in Borneo wird die deutsche Mannschaft Weltmeister im erstmals ausgetragenen Mannschaftswettbewerb. Punkt Einträge von Leichtathletik Weltrekorden befinden sich unter der jeweiligen Disziplin unter Leichtathletik. Punkt 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 Vielen Dank.